So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Modul Enterprise Transformation und wir machen weiter im Zuge des strategischen Managements mit dem sogenannten Lebenszyklusmodell. Das Lebenszyklusmodell als Gegenstand des strategischen Management ist ein Modell, das die verschiedenen Phasen eines Produkts von der Markteinführung bis hin zur Degeneration beschreibt. Es dient vor allem dazu, den Umsatz über die gesamte Lebensdauer zu betrachten und zu analysieren. Links unten finden wir eine vorgefertigte Grafik mit den zwei Achsen. Einmal hier die Ordinatenachse mit dem Umsatz und einmal hier die Absissenachse mit der Zeit. Ob das jetzt Euros sind, Dollars sind, Wochen, Monate, sei mal dahingestellt. Das hängt natürlich auch von der Branche ab, wo wir uns gerade befinden und welches Produkt wir uns anschauen. Also schaut euch das abstrakt hier an. Dann finden wir innerhalb des Konatensystems dann hier vier Blöcke bzw. vier Spalten. Das sind unsere Phaseneinführung, Wachstum, Sättigung und Degenerationsphase. Und innerhalb des Konatensystems, also innerhalb dieser Blöcke, finden wir dann hier einen Kurvenverlauf. Und könnte eine umgedrehte Parabel sein. So in etwa ist der Kurvenverlauf. Und dann sehen wir hier zunächst mit der Markteinführung eines Produkts, einer Leistung, ist der Umsatz noch relativ gering. Dann gehen wir in das Wachstum hinein und gehen bis zur Sättigung hoch, bis zu einem bestimmten Hochpunkt, wo das Wachstum dann eben wieder gegengläufig ist. Bis wir dann in der Degeneration landen und dort verschwindet das Produkt dann wieder vom Markt. Rechts finden wir dann nochmal hier die einzelnen Phasen aufgeführt. Und hier möchte ich die einzelnen Aspekte mit euch besprechen. Ich packe euch wie immer alles weitere unterhalb des Videos in die Videobeschreibung hinein. Schaut auch mal auf unserer Webseite vorbei. Dort findet ihr eine Datenbank mit Fachbegriffen und Fragenkataloge zu den einzelnen Modulen, die ich hier schon auf YouTube behandelt habe. So wie neuerdings auch die Folien zu den Videos, die Endfolien. Also alles, was ich hier skizziert habe, werde ich auch in der Bibliothek auf unserer Webseite bereitstellen. So, und wenn ihr dann noch Fragen, Kritiken, Anregungen etc. habt, nützt gerne die Kommentare. Wie gesagt, Rest ist auch in der Videobeschreibung zu finden. Wir fangen mal an hier mit der Einführungsphase. Wir sprechen hier erstmal von der Marktplatzierung. Und damit ich ein Produkt überhaupt im Markt platzieren kann, muss ich investieren. Das heißt Marktplatzierung mit vorangehenden Investitionskosten. Und wie hoch die Investitionskosten sind, ist natürlich abhängig dann von dem Produkt, was ich im Markt platzieren möchte. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe mich ja selbstständig gemacht hier mit der YouTube-Geschichte. Und ich hatte anfangs sehr geringe Investitionskosten. Wenn man von Investitionskosten sprechen kann, dann ist es die Hardware bzw. der PC, Tastatur, Maus, Monitor etc. Das könnten die Investitionskosten sein, die dem Produkt eben vorangehen. Und dann habe ich mein Produkt eben auf YouTube platziert auf der Plattform. Und ihr habt es entsprechend dann nachgefragt. Am Anfang hatte ich gar keinen Umsatz. Das seht ihr hier auch im Kurvenverlauf. Und zwar die Kurve, die steigt ja erst hier auf der Zeitachse bzw. Abscissenachse ab einem bestimmten Punkt. Und fällt dann auch relativ gering erstmal aus. Das heißt, wir haben in der Einführungsphase noch gar nicht so den Fokus auf den Umsatz. Sondern wir wollen erstmal Wachstum generieren. So, Marktplatzierung ist erfolgt. Und mit der Marktplatzierung startet auch eine Phase der Unsicherheit. Weil ich weiß noch gar nicht, ob das Produkt vom Kunden angenommen wird. Ob wir überhaupt eine Nachfrage schaffen können, wie das Produkt sich am Markt etabliert. So, deshalb spricht man hier auch von einer Unsicherheit. Und ja. Dann würde ich hier noch hinzuschreiben. Nachfrage muss natürlich geschaffen werden. Die ist noch nicht da. Und einen vierten Punkt. Wir haben eine Strategie des Wartens. Strategie des Wartens und der Marktbeobachtung. Und zwar Marktbeobachtung durch Wettbewerber. Die sich natürlich auch für mein Produkt dann interessieren und wissen wollen, funktioniert das Produkt am Markt. Weil, ihr kennt es vielleicht, eine neue Produktkategorie, ein neues, neu geschaffenes Produkt, eine Innovation. Wird im Markt platziert, setzt sich im Markt durch. Dann springen die Wettbewerber auf diesen Zug mit auf und bringen ein ähnliches Produkt in den Markt. Punkt. So, damit hätten wir soweit die wichtigsten Punkte jetzt zur Einführungsphase auch besprochen. Dann kommen wir zur Wachstumsphase. Ja, hier kommt es erstmal zur steigenden Marktakzeptanz. Das Produkt wird am Markt angenommen vom Kunden. Es wird eine Nachfrage generiert. Und dementsprechend haben wir auch eine steigende Marktakzeptanz und eine steigende Nachfrage. So, ich fasse das mal zusammen. Steigende Marktakzeptanz. Und ich betone es auch nochmal. Steigende Nachfrage. So, ja, dann haben wir auch einen zunehmenden Markteintritt durch Wettbewerber. Wie gesagt, wenn der Wettbewerb mitbekommt, das Produkt funktioniert am Markt, dann wird es entsprechend auch mehr Marktzutritte im Markt dann geben. Zunehmender Marktzutritt oder Markteintritt durch Wettbewerber. So, jetzt habe ich noch ein, zwei Punkte für euch. Mal gucken, ob wir die jetzt hier noch festhalten können. Und zwar Problem der Used Apple Policy. Limitierende Produktentwicklung durch Wettbewerber. Das heißt, günstigere Produktkopien setzen sich am Markt eventuell durch. Es kommt zu verbesserten Alternativen in Bezug auf Design und Funktionen. Und das muss ich natürlich auch im Hinterkopf haben. Der Wettbewerb schläft nicht. Die Konkurrenz platziert ihre Produkte. Ist vielleicht sogar besser mit ihrem Produkt. Ist vielleicht auch günstiger mit ihrem Produkt. Und ja. So, also schreiben wir auf. Problem der, ich setze jetzt mal in Anführungszeichen, Used Apple Policy. So, dann nochmal Doppelpunkt. Und dann hier nochmal kurz. Limitierende Produktentwicklung durch Wettbewerber. Lasse ich jetzt mal weg hier. Beziehungsweise, ja, können wir das irgendwie noch abkürzen. Ne, passt hier nicht hin. Okay, das ist der Platzmangel. Ich habe es euch verbal mit auf den Weg gegeben. Wie gesagt, das steht nochmal bei uns auf der Webseite im Fragenkatalog drinnen. Ansonsten meckert gerne rum, kontaktiert mich. Kontaktdaten sind ja auch auf der Webseite hinterlegt. So, dann hätten wir noch die steigende Bedeutung von Preisstrategien. Ja, Produkte sind jetzt am Markt platziert. Und natürlich steigt es auch die Bedeutung von Preisen. Weil es gibt jetzt Wettbewerb im Markt, die auch ein ähnliches Produkt im Markt haben. Und dementsprechend steigende Bedeutung von Preisstrategien. Das heißt, der Kunde wird wahrscheinlich dort kaufen, wo er das Produkt eben auch am günstigsten erhält. Von Preisstrategien, es kann auch Produktstrategien kommen zum Tragen. Auch Marken, Differenzierungsstrategien und so weiter. Hätte man jetzt hier noch weiter ausführen können. Lasse ich jetzt mal so stehen. Ihr müsst nicht alle Punkte übernehmen. Wenn ihr zwei, drei Aspekte pro Phase nennen könnt, dann reicht das auch vollkommen aus. Versucht es zu verstehen, warum das so ist. So, dann von der Wachstumsphase zur Sättigungsphase. Innerhalb der Wachstumsphase haben wir irgendwo hier unseren Wendepunkt. Der kann irgendwo hier in der Mitte der Steigung sein. Das heißt einfach nur, dass das Wachstum dann auch abnimmt. Bei der Markteinführung haben wir ein steigendes Wachstum. So, in der Wachstumsphase haben wir das hier auch noch. Aber irgendwo ist dann hier der Wendepunkt, wo wir nicht mehr eine Umsatzsteigerung von 15, 20 Prozent haben. Sondern das sinkt dann beispielsweise wieder runter auf 12, 11, 10, 8, 6 Prozent und so weiter und so fort. Bis wir dann in die Sättigungsphase reingehen und dann unseren Hochpunkt auch erreichen. Und da sind wir jetzt bei der Sättigungsphase. Wir haben eine Marktsättigung. Marktsättigung zum Beispiel eben durch Überkapazitäten. Überkapazität. Ja, wenn jetzt eben viele Marktzutritte geschehen sind. Wenn wir sehr viele Konkurrenzprodukte auch im Markt haben, die die ähnlichen Funktionsweisen auch aufweisen. Dann ist irgendwann der Markt an einem Punkt auch gesättigt. So, und es kommt zu Überkapazitäten. Marktstrategien mit Fokus auf Preis- und Produktdifferenzierung. Marktstrategien mit Fokus auf Preis- und Produktdifferenzierung. Ja, man versucht jetzt noch die letzte Nachfrage irgendwie zu generieren. Indem man beispielsweise sagt, okay, wir senken jetzt mal den Preis stückweise. Und versuchen auch günstiger zu sein als der Wettbewerb. Und können so noch, ihr kennt das vielleicht aus der Mikroökonomie, den sogenannten Prohibitivpreis oder Reservationspreis. Und damit ich den Reservationspreis von dem letzten Konsumenten auch erreiche. Der beispielsweise für ein iPhone würde der Konsument 800 Euro bezahlen. So, und der Preis für das iPhone, für dieses hochmoderne Smartphone lag vorher bei 1000 Euro. Jetzt könnte ich als Unternehmer sagen, ich gehe auf 800 Euro runter. Dann würde ich auch den Reservationspreis dieses Konsumenten oder dieser Konsumentengruppe erreichen. Und würde dadurch nochmal wieder durch diese Preisstrategie eben wieder Nachfrage generieren. Natürlich unter der Bedingung, dass ich da nicht in die Flusszone hineingehe. Marktstrategien mit Fokus auf Preis- und Preisstrategien. Preisstrategien und Produktdifferenzierung. Ne, wir lassen das mal nur bei Preis- und Produktdifferenzierung. So, dann intensiver Preiskampf im Markt. Intensiver Preiskampf im Markt habe ich ja vorhin schon ein Stückweise erwähnt. Preiskampf im Markt, eben weil jetzt der Wettbewerb, die Konzentration eben sehr hoch ist. Und ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich vielleicht günstiger bin, dass ich vielleicht die bessere Qualität habe. Aber eher würde es zu einem Preiskampf kommen. So, dann kommen wir zur Degenerationsphase. Und ihr merkt hier, hier wächst nichts mehr. Der Umsatz war auf dem Hochpunkt, ist in der Sättigungsphase dann auch, dann hat abgenommen. Und mit der Zeit nimmt er eben so stark ab, dass ich irgendwann das Produkt dann auch vom Markt eben runternehme. Weil es sich einfach nicht mehr rentiert. So, wir haben dementsprechend einen starken Umsatzrückgang. Umsatzrückgang. Und natürlich, dies führt zum Ende des Produktlebenszyklus. Zyklus. Und dann nochmal kurz. Markttransformation durch eine aggressive Strategie der Wettbewerber. Wir haben Unternehmensfusion, wir haben Übernahmen und so weiter. Also, Markttransformation durch aggressive Strategien der Wettbewerber. Das führe ich jetzt nochmal ein bisschen aus. Zum Beispiel, sogenannte Fusion. Haben wir in der Mikroökonomie auch schon besprochen, was man darunter versteht. Unternehmensfusionen oder Übernahmen. Ja, ganz einfaches Beispiel. Ankerkraut wurde ja auch irgendwann übernommen von einem großen Konzern, den ich jetzt hier nicht nennen werde. Aber Ankerkraut war auf einem Hochpunkt. So, dann wurde das Unternehmen verkauft, beziehungsweise durch einen größeren Konzern, ein größeres Unternehmen eben übernommen. Und diejenigen, die Ankerkraut entwickelt haben, beziehungsweise auf den Markt geworfen haben, die haben dann entsprechend, ja, sich bereichert, will ich jetzt nicht sagen. Aber man ist an einem bestimmten Punkt, wo einfach der Markt gesättigt ist, wo man merkt, okay, wir haben einen Umsatzrückgang. Und dann steht man auf der Entscheidung, verkaufe ich jetzt die Rechte an dem Produkt oder verkaufe ich das Unternehmen oder die Lizenzen oder was auch immer. Oder führe ich es jetzt weiter, wäre vielleicht ein neues Produkt auf dem Markt, erweitere ich das Produkt vielleicht, bringe eine zweite Version raus, was auch immer. So, und das muss man eben ab diesem Punkt dann auch entscheiden. Ja, das war es soweit. Das waren so die vier Phasen des Lebenszyklusmodells. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben bei Fragen, Kritiken, Anregungen. Ab damit in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.